Schönen guten Tag meine Freunde auf Maverick TV. Das Video richtet sich an alle wettsüchtigen Jugendlichen. Wie ihr gerade erkennen könnt und man muss sagen, man sieht mich eher selten in Arbeitskleidung, ist Maverick hier gerade am streichen. Das Wettbüro hat mich gestern sehr sehr gut gefickt, Freunde. Deswegen wollte ich euch die Wettscheine nicht immer vor den Spielen zeigen, damit ihr kein Geld verliert. Und damit ich heute zu Kaufland kann, muss ich wieder meinem alten Job nachgehen, damit ich ein bisschen Geld verdiene und mir ein paar Lebensmittel heute besorgen kann, denn sonst hätte Maverick heute den ganzen Tag Hunger. Zum Glück habe ich eine Ausbildung gemacht. Also nicht jetzt abgeschlossen offiziell auf Zettel, sondern damals bei meinem Onkel in jungen Jahren als Maler und Lackierer und eine gute Freundin hat mich heute beschäftigt für einen ziemlich guten Ghetto-Lohn und ich helfe ihr hier die Wohnung schön zu streichen. Wie ihr erkennen könnt, ich bin fleizig dabei, Farbe gemischt. Und ich sag mal so, lasst die Finger weg von den Automaten und besucht das Wettbüro nicht. Spart euer Geld, geht mit eurem Mädchen essen und sonst endet das plötzlich wieder so, wie man es gar nicht will. Und dann muss man wieder hier in Arbeitsklamotten schön auf der Matte stehen, Freunde. Also Filme weg. In diesem Sinne, schöne Grüße auf Maverick Kippa und Dankeschön fürs Zuschauen. Peace. Und ich gehe mal wieder weiter. Auf Wiedersehen, Freunde. Hast du alles gemacht?